So, kurzes Abschlussstatement. Wie war Hannover? Kssss. Kssss. Okay, das reicht halt, das Statement. Kssss. Abschluss! Gut, und welches Mädel fandest du am besten? Lucy Cat fand ich am besten. Ey, die haben dich Mädel mehr besungen als mich. Die waren bei dir am lautesten. Die waren damals in Hamburg bei dir am lautesten. Okay, Hamburg deine Stadt, aber selbst hier in Hannover. Lucy ist die ganze Rolle! Lucy ist die ganze Rolle! Lucy ist die ganze Rolle! Lucy, wer ist Rapperin? Du hast mehr Fans als jeder andere. Alle sind Lucy Cat-Fans. Nee, das war auf jeden Fall geil. Das hat Spaß gemacht. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Nächste Tour, ne? Für dieses Love Game. Ich möchte auch wieder eine Einladung. Äh, ich sag dir mal die Kamera raus, dass wir hoher sind. Aber wir sehen uns auf jeden Fall. Geil.